heute was geht ab leute von hier erstmal mit einem kamurks shiny check mir fehlt immer noch ein shiny kamurks schreibt in die kommentare ob ihr schon shiny kamurks habt aber heute mit dem regi ice fazit ich muss sagen ich weiß das selber nicht so genau wie viel ich hab und so weil regi ice eigentlich sehr überraschend dann weggegangen ist ich wusste nicht wann genau der endet ich glaube es wusste keiner es haben nur leute gemunkelt und ja dann auf einmal war er weg ich hab echt noch paar tage mit ihm gerechnet damit ich noch machen kann aber ja weg ist er regi steel ist jetzt da dementsprechend schauen wir uns mal an wie es bei uns so lief mit regi ice ich muss sagen ich eigentlich ganz gut eure erfahrung und in die kommentare wie ließ bei euch so mit regi ice ich habe echt eine menge gefangen jetzt in 96 abgehauen und danach habe ich eigentlich jeden gefangen so regi ice 35 von 40 echt solide leider nur 35 dementsprechend nicht genug bonbons aber das glaube ich bisher meine beste quote wir können mal kurz auf grund schauen die 58 von 44 moment ich hatte noch einen anderen der ungefähr auch 40 mal hat ja sogar mehr latias gemacht als regi ice und das war schon echt unbeliebt so hier ungefähr 49 von 30 von 49 und das war 35 von 40 40 das ist schon sehr gering und ich habe eigentlich echt versucht jeden zu machen naja schreibt auch unten in den kommentare wie viele ihr gemacht habt weil wie gesagt ich bin schon überrascht bisschen traurig weil ich habe eigentlich echt jeden mitgenommen den ich da gefunden habe aber dennoch trotzdem so wenige so kommt mit power 17 49 habe ich zwei das ist wenn ich mich richtig erinnere 93 93 ist der ja mit attack 15 ja genau und der hier auch also eigentlich ja könnte man den schon pushen regi ice übrigens auf jeden fall unterschätzt prodigies nation hat ihn glaube ich mal geprüft und herausgefunden dass er in bestimmten matchups gar nicht so schlecht ist nur auf dem zweiten platz hinter aktos und in sachen eis gibt es eh nicht so viele pokémon aber wir haben 35 gefangen sprich wir könnten 34 verschicken das sind noch mal 34 bonbons möglicherweise doppelbonbon oder natürlich jetzt mit tauschen gibt es die funktion den trick dass man die vertauscht verschickt und dadurch dann drei bonbons bekommt wenn die kilometerhandsach hoch genug ist kostet natürlich dementsprechend viel staub weil das ein legendärer ist es sei denn man ist best freund bester freund weiß gar nicht wie viel das kostet aber ich glaube dann echt kaum noch was könnte man sich überlegen beste freunde werden und dann legendäre verschicken für drei bonbons so ein kleiner tipp von mir ansonsten halt auf einen doppelbonbon event warten wo man auch doppelbonbon fürs verschicken bekommt war momentan läuft der doppelbonbon aber nur fürs fangen also und fürs brüten der ist sogar aus dortmund oder der ist aus dortmund cool also der ist eigentlich gemacht werden schaut dann dort und so ich habe sogar ihr seht ihr es moment so will ist ja zweitbester satz kp angriff die fans und dann der satz hier das heißt das ist der schlechteste den man fangen kann aus dem welt wenn man ihn vertauscht könnte theoretisch schlechter werden aber das ist der schlechtmöglichste den man fangen kann also der umgedrehte der von hinten der hunderter von hinten immerhin den ja das ist so meine regie als ausbeute jetzt kommt regie stil am anfang natürlich wichtig reinhauen vor allem jetzt läuft doppelbonbon weil auch bei regie ist dann am ende kaum noch welche die motiviert genug waren um den zu machen was ich echt schade finde weil wie gesagt mir ist es egal was es für ein legendärer ist ich brauche auf jeden fall 248 bonbons und einen guten zum max pushen egal wie wertvoll oder wie nutzvoll der ist also mir ist es egal ob es ein regie ist ein regie stil ein latias ein latios ist oder was klasse 248 bonbons und einen guten zum max pushen an sich gibt es sonst zu regie ist nicht mehr viel zu sagen oder ich glaube nicht ich glaube das war es relativ kurzes video aber ich habe noch andere videos heute am start irgendein react zu den alten folgen auf jeden fall info video zum zack das der an sich natürlich falls ich den heute noch hoch bekomme wenn ich dann check den morgen auf jeden fall ab und ja das war's von mir wie gesagt eure erfahrung zu gg ice und in den kommentaren was euer bestes gg ice wie viel gg ice habt ihr gemacht was eure funkquote und ja folg mir auf instagram facebook twitter check die annemies ab liken subscribe kommentieren check den shop ab neue preise neuer shop lohnt sich auf jeden fall vorbeizuschauen ansonsten vergesst nicht pokemon is serious business